Wann er kommt, können wir nicht sagen. Schaut's auf die Homepage. Definitiv nicht heute. Es tut uns auch leid, aber er wird heute definitiv nicht kommen. Wir haben keinen Einfluss drauf. Wir müssen jetzt nur schauen, dass wir den Platz freikriegen. Also bitte geht's nach Hause Richtung U- und S-Bahn. Das Beste, was ihr heute machen könnt. Er ist nicht unterwegs. Meines Wissens war er nicht da. Und er wird heute definitiv nicht kommen. Macht euch noch einen schönen Abend. Aber hier ist schlecht. Okay? Vielen Dank.